Hallo meine lieben Freunde, ich bin's lieber Odo mit einer neuen Nachricht von meinem Kanal. Oder Nachrichten? Naja, wurscht. Auf jeden Fall wollte ich auf diese Art und Weise noch einmal ein schönes Danke sagen für all jene, die mir beim Tag der offenen Tür, bei uns heißt das Tod oder Tod, also die Abkürzung für Tag der offenen Tür, finde ich immer gut, geholfen haben. Ja, vor allem für diejenigen, die dann am Schluss noch zusammengeräumt haben. Sehr nett von euch. Dabei auch gleich einen Gruß an den Noah, einen meiner Ex-Schüler, der auch noch am Schluss da war und Cecil weggeräumt hat. Finde ich super. Überhaupt allen meinen Ex-Schülern danke, dass ihr gekommen seid. Das war recht nett und witzig. Auch wenn ich sagen muss, dass ich es noch immer doof finde, dass ihr nochmal in die Schule kommt danach. Aber gut. Ist nett. Ich habe mich trotzdem gefreut. Ja, das war mal das, was ich sagen wollte. Ja, genau. Bezüglich Tag der offenen Tür. In der HLW 10 heißt das nicht Tod, sondern Tattoo. Finde ich auch gut. Da ist morgen noch ein Tag der offenen Tür. Also das heißt, die haben wir an zwei Tagen eigentlich, nämlich heute gehabt und morgen auch noch bis 13 Uhr. Das heißt, ihr habt bis morgen 13 Uhr noch Zeit, um Whoop mehr als Sirup zu kaufen. Danach gibt es nur noch im Online-Shop. Ich frage mich gerade, ob sie einen Online-Shop haben. Ich nehme nicht an. Naja, wurscht. Wäre schöner, wenn ihr das kaufen würdet. Meine Tochter hat gemeint, wenn sie genügend Einnahmen machen, kaufen sie sich eine Infrarot-Kabine. Schauen wir mal. Wo war ich noch? Ja, das habe ich schon alles gesagt. Jetzt. Der Hauptgrund, warum ich heute aufgedreht habe, die Nachrichten, ist, mein Let's Play zu Indien in Viktoria neigt sich dem Ende zu. Also man kann sich schon denken, dass es nicht mehr allzu lang dauert, dieses Let's Play, einfach weil wir schon knapp vor 1936 sind. Mit 31. Dezember 35 endet nämlich das Spiel. Deswegen denke ich in der Zwischenzeit schon nach, was ich danach auf meinen Kanal stellen soll. Immerhin schaue ich, dass ich immer zwei Strategiespiele nebeneinander laufen lasse. Und tatsächlich habe ich da etwas geplant, worauf mich meine Frau gebracht hat. Die ist nämlich ein großer, großer Civilization-Fan. Allerdings hauptsächlich von Civilization 2. Die meisten von meinen Sehern, Hörern, werden Civilization 2 nicht kennen. Werden sich aber denken, dass es existiert, nachdem es von Civilization mittlerweile eine Version 6 gibt. Ich weiß nicht genau, also wir spielen zu Hause hauptsächlich Civ 5 derzeit. Und Civ 2 ist aber sicherlich die Civilization-Version, die ich am häufigsten gespielt habe. Und meine Frau hat letztens gejammert wegen dem Civ 5, dass meine Kinder und ich spielen. Also sie spielt Civ 2 normalerweise, weil sie meint, dass Civ 5 so langweilig sei im Vergleich zu Civ 2. Und ich weiß jetzt nicht, ob das so ist oder nicht. Auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, dass ich einfach Civ 2 und Civ 5 miteinander vergleiche. Das heißt, wir werden folgendes, oder ich werde jetzt folgendes machen. Ich werde jetzt immer etwa 10 bis 15 Minuten aufnehmen. Civ 2 beziehungsweise Civ 5, beziehungsweise eigentlich gar nicht nach Zeit, sondern ich werde immer eine gewisse Menge an Zügen oder Jahren, vielleicht sogar noch besser, spielen. Und nach dieser Zeit der Jahre werde ich das andere ebenfalls so lange spielen. Und im Endeffekt werde ich dann die beiden Videos zusammenschneiden. Quasi Runde 1, Civ 2 verglichen mit Civ 5. Und ich werde zu beiden Spielen vor allem am Anfang ein bisschen was dazu sagen. Und ich werde das einfach durchspielen und schauen, wie die zwei im Vergleich sind. Tatsächlich sind sie schon relativ unterschiedlich. Und vielleicht macht euch das ja Spaß. Bei Civ 2 macht es keinen Unterschied, welches Volk oder welche Nation ich spiele. Bei Civ 5 macht es schon einen größeren Unterschied. An und für sich spiele ich lieber sehr friedvolle Völker. Einfach deshalb, weil mein Spielstil nicht sonderlich kriegerisch ist. Ich habe deswegen auch vor, ein eher friedliches Volk zu spielen, in Civ 5. Bei Civ 5 habe ich zur Auswahl und da könnt ihr auch mitbestimmen. Ich habe da ein Z-Roc geschrieben. Und zwar Arabien, Österreich, Persien, Indonesien, Irokesen oder Maya. Die habe ich so ausgesucht. Es sind lauter Völker, die irgendwelche Spezialgebäude haben. Die einzigen, die halb ein bisschen kriegerischer sind, sind die Irokesen. Die Perser sind manchmal, also im Spiel sind sie meistens ein bisschen aggressiver. Aber man muss sie nicht unbedingt aggressiv spielen. Die haben alle irgendwelche Vorteile, die eher was bringen, wenn man nicht unbedingt Krieg führt. Ich schreibe euch unten in den Kommentar die sechs Nationen, die ich mir ausgesucht habe. Mit einigen von denen habe ich schon mal gespielt. Arabien, Indonesien sind sehr stark handelsorientiert. Österreich kann Stadtstaaten kaufen. Das ist das am ehesten vergleichbare mit dem, was wir in Civ 2 sehen werden. Persien ist auf Zufriedenheit und auf goldene Zeitalter ausgelegt. Irokesen weiß eigentlich nicht so genau, was die können. Und die Maya sind ein sehr religiöses Volk. Oder beziehungsweise ein sehr religiöses, wird dann ein sehr religionslastiges Spiel, sagen wir es mal so, mit den Mayas, glaube ich. Ich glaube, die haben ein Spezialgebäude für die Stadt im Schrein. Das heißt, solche Spezialgebäude sollte man normalerweise bauen. Wenn es ein Spezialgebäude zum Schrein ist, dann baut man das halt. Okay, das waren meine siebeneinhalb Minuten für heute wieder. Und meine Frage an euch. Ich gebe euch eine Woche Zeit, um darunter zu schreiben, wen von den sechs ich spielen soll. Und bei Civ 2 werde ich einfach die Nation, genauso die gleiche Nation spielen. Es gibt zwar viele von diesen Nationen, also außer, glaube ich, Persien, gibt es keine von denen. Also für die Irokesen kann man die Suh spielen, die es in Civ 2 gibt. Aber das stört eigentlich auch nicht sonderlich, weil man kann rein theoretisch in Civ 2 irgendein Volk nehmen. Und statt den Mayas würde ich bei Civ 2 wahrscheinlich die Azteken spielen. Man kann bei Civ 2 auch Völker hier erstellen, quasi. Das heißt, da ist man nicht so gepumpt. Vor allem, weil ja die Völker keine eigenen Limits haben. Gut, jetzt sind es doch acht und ein halb Minuten geworden. Ich wünsche euch noch eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Und vielleicht sehen wir uns ja morgen beim Tag der offenen Tür, also bei Tattoo von der HLW 10 unten am Räumenplatz. Bis dann. Tschüss euch.